Es ist auch irgendwo besser, sie dabei zu haben, als wenn dieser Idiot am Walkie-Talkie die in der Zeit klaut. Schau, was ich in der Garage gefunden habe. Hachet, Hacksaw, ein paar andere Tools. Nicht in Hand auf diesem kleinen Break-In. Nice. Kann ich mit dir ein paar Minuten reden? Was ist das? Ich habe noch ein paar Mal gesehen, sie ist eine 30-Footer. So? So, wir werden ein Problem haben. Ich glaube, dass alle wieder zurückkommen sind. Es gibt keine Raum für alle. Was hast du gesagt? Ich habe dir eine Frage, das ist alles. Ich dachte, du solltest du wissen. Wer ist das denn? Das ist Brie, sie kann uns helfen. Hilf uns, wie? Ich war eine Studentin in der Schule, wo Crawford ihre Beispiele verhält. Ich weiß, die Beispiele. Mit ihrer Hilfe sind wir schneller und schneller. Hat jemand ein Problem mit dem? Ich glaube nicht. Dann, was warten wir uns? Let's get moving. Na super. Das wird schwierig werden, die Plätze aufzuteilen. Du bist bereit? Ich bin bereit. Hey, whoa. Hold on a minute. Du bist nicht mit ihr mit uns. Du hast nicht gehört, was ich gesagt hat, was Crawford ist? Wenn du sie in da und sie finden sie... Ich bin nicht mit ihr alleine in der Haus mit nur Omi, um sie zu schützen. Das ist einfach nicht passiert. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, es geht glatt. Aber das wäre nicht The Walking Dead, wenn es glatt gehen würde, oder? Das sollte es sein. Wir sind gerade unter dem Zentrum von Crawford. Die alte Schule sollte direkt über uns. Okay, Leute. Das ist es. Erinnern Sie den Plan. Wir bleiben im Schatten. Wir bleiben im Schatten. Und wir bleiben zusammen. Wir finden, was wir brauchen. Und wir kommen die Hölle vor, bevor jemanden weiß, dass wir da sind. Entschuldigt? Und diese Sache, um zu bleiben, geht es für dich. So, mal gucken. Vorsichtig. Let's go. Okay, siehlt rein, oh, wo ist die Luft? Es sind alle. Es sollten die Gäste, die Patronen. Was? Sind Sie entschuldigt? Es ist einfach so verrückt, das ist alles. Ich glaube, ich sehe jemanden, da neben der Tür. Okay. Ich und Kenny werden auszudrücken und versuchen, ihn auszudrücken. Die resten warten für unsere Signal, dann folgt uns auf. Jeder hat das? Okay, Kenny, wir machen das aufzudrücken. Keine Fertig, wenn es keine andere Wahl gibt. Genau hinter dir. Verdammt, die sind alle tot hier. What the fuck is a walker doing inside here? Get inside, fast! Fuck, fuck! Do you think they saw us? What the hell happened here? I thought this place was supposed to be secure. What always happens, I guess. In the end, the dead always win. Oh man, we are so screwed. No, this is good. What? How the fuck is this good? Before, everyone in Crawford was smart and they had guns. Now they're dumb and they don't. Hey, trying to look on the bright side here. I agree. So long as we don't let them box us in, we can still do this. The plan hasn't changed. The plan hasn't changed? Every time Walker's show up, the plan changes. Do you even have any idea how many of them are out there? No. You want to do a head count? Or do you want to get what we need and get the hell out of here? Come on. I think I know which way to head. I've got a bad feeling about this. I've got a bad feeling about this. Well, just keep moving. Here. Looks okay. Everybody in. Okay. Okay. Looks like they were using this room as some kind of command center. Okay, so now what? Where do we start looking? Here. Just give me a sec. Hmm, Benzin? Where can we find some fuel for the boat? There's a maintenance shed across from the playground here. If they were stored fuel, that's probably where it'll be. Where would be the best place to look for medicine? Right here, nurse's station. They were using it as a medical facility. How do you know that? Just makes sense, doesn't it? So then we just need a battery? There's Sato Shop. It's right next door. Yep, it's called Herman's. You can't miss it. Okay. I'll make the run to the maintenance shed for the fuel. It'll be faster if I go with you. I can take you right to it. I'll come too. No, two people's enough. You stay here, see if you can use any of those tools we brought to get that armory door open. They might need to shoot our way out of here. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Okay. Guess that leaves me to go find us a battery. I'll go with you. Watch your back. Okay, we've got a plan. Everyone be careful. Stay close to one another. We'll all meet back here. Good luck. What about me? What can I do? I need you to stay here with Ben and watch over our command center. I'm putting you in charge of it, okay? You're leaving me with Ben? I'm not leaving you with Ben. I'm leaving him with you. Understand? Oh, okay. Back before you know him. Gut, dann wollen wir mal. Hmm. Patronenhülsen? Unterwegs. Was ist das? Ich kann es ohne die Kombination öffnen. Okay, Kombination. Logan. Merken. Falls wir die irgendwann mal finden. Okay,anna. Findet ihr amphibus zu verabschiedern? Allie weg, woher die Auto shopke ist. Aber woher ist Molly? Molly! Du in hier? Äh, nehmen wir den Weg hier. Ah, das war bestimmt Molly. Okay. Gut. Dann rein in die Werkstatt. Damn, it's jammed tight. Better not get too close. Hmm. Whoa. Leave him. He's mine. What were you doing up there? Molly? Molly! Molly! What? Calm the fuck down! What's wrong with you? What's the matter? Never seen someone kill a geek before? Not like that. He's wearing medical scrubs. Some kind of scientist or doctor maybe? Yeah, well, he ain't shit now. Did you find us a way in? Yeah, but the garage door's jammed. Can't raise it. Not a problem. Look what I found. Oh. Oh yeah. That'll work. Scheiße. Oh Gott. Let's schnell. Daah. Come on. Komm, 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 komm! Scheiße, Scheiße. Scheiße, Scheiße. 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 Geh ein Blick um, ich sicher nicht, dass keine Stragler haben unter dem Tür. Okay. Ja. Ich kann sehen, wo die Batterie sollte sein, aber es ist nicht. Perfekt. Perfekt. Es ist lockt, kein Weg in. Kein Kraft. Ich kann es nicht erreichen, da. Es sieht aus, dass es die Hose für die Hydraulik-Lift ist. Kann ich mir nochmal dein Werkzeug ausleihen? Was? Was, was du brauchst? Ich denke, ich kann das Hose von deinem Hose kaufen? Ich weiß nicht. Hilda und ich haben viel zusammen gemacht. Hilda? Das, was ich nenne. Bitte, kann ich Hilda kaufen? Ich zeig dir gut. Sie wird nicht einen Schlag. Ich habe jetzt deine Worte. Nicht einen Schlag. So. Ich habe es geschafft. Woah, woah! Scheiße. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Keine Scheiße! Das ist die Batterie. Endlich geht etwas richtig. Es geht ab. 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 Ja, aber wir haben noch ein Problem hier. Lass es in hier. Ich werde es tragen. Okay, folge mir. Es geht ab. Es geht ab. Okay. 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 Super! Jetzt? Aber jetzt, was kann ich? Das ist 3 Jahre tai. Es geht ab. Es geht ab. Ich weiß nicht. Es gibt ab. Es geht ab. Es geht ab. Es hecho. Nicht ab! Es geht ab. Mann, die ist stärker als Kenny. Geschafft. Ich guck mal, wie die anderen vorankommen. Ich wollte zu Kenny. Was? Ahhhh. Und zu damit. Das war's für heute. Okay, dann gehe ich in der Zeit mal schnell bei den Medikamenten helfen und gucken, ob ich vielleicht was über Logan rausfinde. Okay, dann gehe ich in der Zeit mal wieder. Okay, dann gehe ich in der Zeit mal wieder. Okay, dann gehe ich in der Zeit mal wieder. Okay, dann gehe ich in der Zeit mal wieder. Okay. Okay. Schade. Schau mal rein. Oh. Eine Kassette. Oh. 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 Vielen Dank.